Intro Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play The Legend of Zelda Oracle of Seasons Das sieht ziemlich leicht aus Alter, der Boss war eben echt... Der Miniboss war echt eben anstrengend Das muss man schon sagen, würde ich sagen Muss man schon sagen, würde ich sagen Ja, gut Das sieht ziemlich einfach aus, glaube ich mal Ja doch, 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 klar, klar Jetzt, ich check's, okay Ja Nein, so, so, nein Ach, komm Dahin Dann den jetzt Da hin Dann den jetzt Alter, nö Wartet Moment Nochmal neu Wenn ich jetzt nämlich da rüber kick Nee, gar nicht Den Nach da Nach da Moment Den runter Das war, glaube ich, falsch Das war völlig falsch Dann, naja, wenn ich den jetzt... Ach, komm, das war kacke Obwohl, das könnte sogar noch was werden Wenn ich den jetzt noch da kicke Und den jetzt hochkicke Und den Jetzt runterkicke Okay Den jetzt noch da Oh, das hat geklappt Cool, hätte ich nicht gedacht Den noch da und... Ey Ey Ne Den noch da Okay Ha Oh, dieses... Ja Was macht hier eigentlich Eis, Alter? Zack, zack, zack Ja, mhm, ich hasse diese Kack Fledermäuse, Alter Fickt euch Fickt euch einfach, ey Geh weg, danke Zack, 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 zack Yes Hua Hua Nene 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 Hahahaha Ich bin kacke Kacke, kacke Hua 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 Ich muss da oben hoch So viel weiß ich Oder so viel denke ich mir Ich glaube das war sogar Ja, ich muss da oben hoch Alter Alter Vater Ah, Gott Diese scheiß Fledermäuse und dieses scheiß Eis, Alter Das ätzt Hua Hua Sure Yeah Kommt, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot Ich bin nicht tot Ich bin gleich tot Ach ja Ach ja Nö Geh weg Ach, alter Hä Halbes Herz Nicht schon wieder Fledermäuse Mann, wo muss das denn immer sein? Geht bloß weg Geht bloß weg Ach, nö Geht weg Oh, noch ne Fledermäuse Oh, nö Nö, 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 einfach wieder weg Zack Zack Und zack Nein Geht doch von mir Also, kommt her, aber verpisst euch von mir, so Ihr wisst Bescheid, oder? Ihr checkt es, ihr checkt es sicherlich Ich hase es Geh weg Ja, und es trifft mich noch Aber das sind ja Feen, ne? Das sind ja ganz, ganz viele Feen Damit Hüah Ja, das war, mhm Super toll Geht weg Geht weg Geht weg Verpisst euch bloß von mir Huah Oh, nö, ich bin grad voll Herzen Lass mich in Ruhe Ich bin grad voll mit Herzen Ich bin grad voll mit, voll gepumpt mit Herzen Geht doch Geht doch weg von mir Mann, ich war grad voll mit Herzen Jetzt hab ich nur noch Fast voll Herzen Da Zack, zack Erstmal, ich will hier rüber Ich hab das Gefühl Ich muss diese Teile hier irgendwie besiegen Ich weiß nur nicht, ob das mit dem, dem hier geht Das wär cool Nein, geht's nicht Aber ich kann das machen Zack Ey Ich kann das eigentlich Ja Eigentlich geht das Gut, jetzt kann ich die nämlich rüberkicken Euer Loch auf da hin zu springen Danke Verpiss dich Ähm, okay Da fehlt noch ne Fledermost Ich glaub, die muss ich auch noch besiegen Ja Wer hat's gesagt? Ich hab's gesagt 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 Ja gut Ja gut Und wie kommen wir da hin? Das wär... Ich rastig aus Da ist der Schlüssel drin Ich rast... Alter, ich weiß es nicht, ne? Das... Ey... Ich glaub's einfach nicht Das ist doch nicht wahr Alter Alter Das ist so voll nicht cool, Alter So voll gar nicht Ich hab's gesagt Ich glaub's nicht, ey Das ist da... Da war der Schlüssel echt drin, ne? Ich glaub, wären wir jetzt nicht gestorben Und wären den Weg zurückgegangen Hätte ich nie herausgefunden Wie wir dieses scheiß Rätsel lösen müssen Wie wir an diese kack Truhe kommen Alter Das geht Ich weiß es Es muss so Gehen Eigentlich muss ich dir doch... Ich wette es Okay Eigentlich müsste man das nach unten schieben können Oder die hier nach oben Weil dann Symmetrisch So Geh weg Geh weg Och nee, nicht auch noch das Och nee, nicht auch noch das Oh man Muss das sein Ich hasse diesen Palast Ich hasse diesen Palast Ich hasse diesen Palast Ich hasse diesen Palast Okay, wir brauchen... Ach ja Hm Lalalalala Tralalilu Erstmal will ich hier ne Bombe schmeißen Und gucken was da drin ist Oder was hier genau Rell einfach ist Hier ist... Okay, muss ich mir merken wie es aussieht Ich hoffe es ist richtig Haja Hutsukatukata Ich hab's geschafft Hehehe Okay, dann machen wir das erstmal so Nehmen wir das und gehen nach unten Das war so richtig Zack Puh Tchung Nanananananananananananananana Jetzt können wir da nämlich gleich rüber laufen Das müssen wir jetzt Überall machen eigentlich In solchen Feuerstellen Dann kommen wir auch zum Boss Und da muss ich... Sehe ich's kommen, muss ich an dem Boss auch schon Aufhören Ja Doch, doch, doch Rein hüppen Miau Kann ich das eigentlich wegschneusen jetzt? Oh, ah, 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 okay, okay Ich hoffe das bleibt da Wenn nicht, dann raste ich aus Bleib da, bleib da Es ist weg Ich wette es, es ist weg Es ist weg Ja, ich hab grad gespult Hast du vorgespult, weil das ist doof So Ach, lol Die... Lol, es kommen ganz viele davon wieder Okay Okay Machen wir auch erstmal das Das wollen wir alle nicht sehen Weil es einfach zu lange dauert Ich weiß, Leute Es ist auch scheiße, wenn ich hier vorspule Aber ich finde das ist besser, als die ganze Zeit Diesen ganzen Weg zu sehen Noch Vor allem, wenn ich sowas mache Chum Ja, ja, gut Okay, dann brauchen wir jetzt noch einen Schlüssel Den kriegen wir hoffentlich da unten irgendwo So, und jetzt gehe ich wieder nochmal Was ist da eigentlich? Da ist eine Treppe Okay Da müssen wir, glaube ich, sogar noch hin Ich denke sogar, ja, klar müssen wir da hin Ich... Ja, doch, doch, bestimmt Erst morgen wieder einen Schlüssel Okay Treppe muss irgendwo hier sein Da ist die Treppe, okay Gut Ja, da kommen wir locker hin jetzt, genau Schön Dann sind wir hier Die Teile können wir bewegen Lassen Und hier ist noch eine Truhe Ja, ja Und so eine ganz vielen Kackviecher Alter Ich fass es nicht Ach komm Ich mach's anders So Und wir haben noch einen Schlüssel, super Zack, zack und zack Zack Ja, das ist... Ach komm Das ist nicht wahr, Alter Wie ich das einfach immer verkacke, wenn ich versuche, gut zu sein Haha Wir gehen in diesem Part noch zum Boss Bis zum Boss Und dann beende ich diesen Part Jetzt müsste es aber klappen, hoffe ich Das wär cool Wenn es jetzt auch so bleibt, vor allem Hier... Oh, hier ist auch schon links Sogar der Fee Okay Jetzt fehlt, was das angeht, nichts mehr Wie es aussieht Doch da noch ein Fleck, okay Was ist hier? Eier, hm Aha Super toll Geht weg, Alter, geht doch weg von mir Wie man auf diesem Eis hier keine Chance hat, Alter Okay Ja, Alter, Alter Das ist nicht wahr, ne? Diese Teile nerven einfach so Meine Fresse Okay, hier kommen wir gar nicht erst weiter Okay Ist toll Das ist supergut Ja, nö Was war hier oben? Hier oben war nichts mehr, ne? Ne, hier konnten wir nicht weiter 100% ich nicht Okay Okay Wir könnten auch mal hier hinten gucken Was hier noch so ist Eine Treppe Ja, und einen... und Bomben? Was sollen wir denn mit Bomben? Ah, gut, okay Okay, jetzt weiß ich auch, wie wir da hinkommen Wir müssen das machen Weg springen Weg springen Weg springen Und dahin Alter, das ist hier so ein Laufchaos, ne? Nö, dahin Und hier rein Gut Da haben wir das ja auch schon gemacht Genau Was ich noch versuchen könnte gleich Diese ganze Sachen brauche ich nicht Ich guck mal kurz was Was? Sind die immer noch weg? Nein, sind sie nicht Okay, dann klappt das auch nicht Dann brauchen wir da auch wohl nichts mehr machen Aber wir können das nehmen Und hier reinhücken Weg gehen Und hinspringen Und alter halt die Fresse sagen Mitnehmen Da lang gehen Runter Hier lang Können wir reinspringen Oh Gott, ey Dass ich das hier... Nein! Oh Gott! Dass ich das überhaupt mache Ist unglaublich Ja, 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 ja Okay Geh weg, geh weg Herz, nehm ich gerne mit Den restlichen Schmalen kannst du behalten Oh, geht weg, geht doch weg Geht doch weg, geht doch weg vor mir Ich will euch nicht Okay Weiter gehen Immer schön weiter gehen Hier haben wir das ja auch schon gemacht Genau Alter Wie viele wollen hier denn noch kommen? Es ist nicht wahr Es ist nicht wahr Komm, lass die da... Ach, wieso siehst du nicht mal mehr eine Vieh, alter? Ich fasse es nicht Ich fasse es einfach nicht Das packe ich doch niemals, ey Okay Ich fahre mir jetzt einfach die Herzen zusammen Weg gehen Wieder hingehen Alles wieder kaputt machen Herzen zusammenfahren Oh Gott Ich fasse es einfach nicht, dass ich das hier mache Hm Ich werde sowas von sterben Ich weiß nicht mal was das für ein Boss ist Ich habe diesen Ballast einmal gemacht, wie gesagt Okay, wir brauchen noch zwei Herzen Zack, 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 zack Chua King Kong Geh weg Alter, ich will nicht noch ein Herz verlieren Danke Okay, Leute, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder Haut Da rein Hey Leute, was geht? Willkommen auf das Endcard von Let's Play The Legend of Zelda Rekulov Seasons Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Abo da lassen und dieses Video bewerten Oben rechts kommt ihr noch einmal zu dem letzten Part Und wir sehen uns bei das nächste Mal wieder Haut da rein